okay ja weil ich habe ja irgendwann mal überlegt was untersuchungen sind und hab das dann einfach mal gemacht weil so ein großjagra auf normal ist ja jetzt sage ich mal für mich kein ding untersuchung sky hat eine untersuchung auf ein südliches lager ja volldampf player ist dabei eigentlich könnte ich noch was essen ja nicht erst mal rüber und erst dann warte auf genehmigung ach so möchtest du möchtest du vorbereitung so bereit genau ja also ich wollte erst ich hatte erst überlegt was zu essen aber das kann ich auch da machen das ist jetzt nicht das thema obwohl vielleicht sollte ich mir das überlegen mir das vielleicht für die zweite runde auf eben und in der ersten runde erst mal so machen weiß halt nicht was sinnvoller ist weil wenn ich jetzt schon wieder hops gehe dann ja ist halt kacke ich stelle mir schon mal gesundheits booster bereit ich es jetzt einfach mal was hier ist noch mal ach so warte mal dann in der zeit tue ich jetzt erstmal notsignal abfeuern genau macht das mal dann esse ich jetzt auch noch was wieder da ich finde die die aber wie heißen sie da die die komische da die mir immer aufgaben gibt die wild expertin die sieht immer wenn du da die essen holt sie sieht immer aus hätte irgendwie einen sack voller drogen genommen dies rund um die augen dies so knallrot als ob die millionen jahre schon wach ist weil es nur unter drogen steht die ist so feldependig weißt du ach so da geht gleich das herz auf meinst du und die augenschwellen ja ja genau da kriegst du so klubscher du ja ich fand das halt schon die ganze zeit mal sehr komisch so hier ist sammeln auch schon mittlerweile diese diese barrels immer mit ein fritzer hamann kabalit erz sitzt nicht unbedingt das war so wäbel ich weiß von der gigante ist aber ob ich das wirklich wissen will dass die andere frage ja ich weiß nicht die der mag mich nicht der gigante ach bist du schon da ja kennst du das wenn du gerade vergisst dass du ja gar nicht mehr die lebensrüstung an hast ja irgendwas ist hier anders irgendwas ist hier stark anders aber was komm her du sag ich habe dich noch gewarnt mit achtung verdammt das ist bisschen ruhe ist weil ich wieder wo ich wieder vergessen habe Na, was denn? Das, was du zum Horn brauchst. Aber wir haben diesmal einen Schützen in unserem Team. Oh, verdammt. Was haben wir in unserem Team? Einen Schützen. Einen Schützen. Das ist gut. Au. Nein. Oh, oh. Scheiße. Ich bin fast tot. Das ist mein Megatrank. Ach komm, Maxi-Trank, auf. Scheiß drauf auf Megatrank hier. Ja, bevor ich hier noch hops gehe, schon wieder... Ich würde es dir verzeihen. Ich würde es dir verzeihen. Ja, aber wenn es die Mission versaut, auch nicht mehr. Nee, dann könnte ich mir das nur noch... Scheiße! Nein! Lass mich in Ruhe. Ich nehme meinen Trank. Verpiss dich. Ich habe Angst vor diesem Ding. Verbleiben seit 10 Minuten? Das ist so eine Aufgabe hier. Bei erschwerten Bedingungen. Wird das schaffen? Weiß ich nicht. Wir versuchen es machen. Ich habe mir gedacht, wir kommen ja nicht so ganz die Noobs, sondern ein bisschen so wie wir. Wo ist denn mein Booster auch da? Oh, dann kann ich den nicht nehmen. Das ist kacke. Verpiss dich. Wenn ich mir das jetzt so überlege, wäre das echt knapp, ne? Ja. Das habe ich nämlich auch gerade so überlegt, dass das nicht unbedingt spaßig wird hier. Äh, zu lachen haben wir nichts. Ja klar, hüpft doch direkt zu mir. Wir sind ja auch zum Arbeiten hier. Nicht zum Lachen. Ich habe Booster aufgestellt. Weißt du, voll krass. Ach cool, da hinten. Rosa. Na klar. Au. Nein, 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 nein. Du machst mich nicht tot. Du Arsch da. Also mich würde es jetzt echt freuen, wenn er jetzt schon Hund bin würde, ne? Ja. Na, aber kann noch nicht mehr lange dauern, oder? So schlecht sind wir doch eigentlich gerade gar nicht. Ja. Ja. Wofür darfst du? Ja, der hat einen Doppelangriff gemacht. Das war, wie sie... Wie sie bläht. Macht er ja gern, der Sack. Aber jetzt kann ich wenigstens Bomben mit. Ich glaube, er humpelt. Das freut mich. Ja, ziemlich deutlich humpelt er. Da musst du dich beeilen, weil Lovables und, äh, Fritz Hamann, oder wie der heißt da, die sind da schon auf dem Weg hin. Oh, Nova-Kristall, wie schön. Wie bist du denn da hin? Da hinten. Ich komme zu euch. Was will Fritza Hamann denn? Was hat er denn für einen Auftrag? Ja. Ah, Langeweile. Schickt die lustige Bilder um sich. So, Kinders. Ich würde gerne auf Sky 1 warten. Da ist er schon. Je mehr Bomben, desto besser, Leute. Da steht ja noch eine Bombe. Wo denn? Ja, hier, äh, Lovables, glaube ich, hat er auch noch eine Bombe hingelegt. Oh. War ich zu schnell. Keine Bombe in der Baisen? Oh. Oh. Die sind nicht weiter. Da sind fünf Minuten. Das machen wir jetzt. Das schaffen wir. Oh, 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 oh Ich geh gleich hops Fuck 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 Hau ab Ich sag dir, ich mach drei Kreuze wenn ich das Ding jetzt hab Scheiße, er macht mich gleich tot hier Ich will jetzt nicht mehr tot gehen, nein Ach Gott sei Dank Ja, Mann So, und jetzt muss ich vorn haben Hab er noch drei Minuten oder so gehabt, alter Ach, das hat doch, hat doch gereicht Wo ist denn das Horn? Da Was hab ich? Äh, Nachwachsplatte Kralle Kralle Drachenschuppe Oh, da hat jemanden Rückenpanzer Und eine Kralle, ja Ach, ja Das war schön Also schön schwer Aber schön, dass ich es durchgehend geschafft habe Ohne hops zu gehen So Drachenschuppe Rückenpanzer Kralle Kralle Blut Blut Rüstkugel Drachenschuppe Blut Knochen Müsste noch Rüstkugel Nachwachsplatte Der gigante Schwanz Und noch ein Schwanz Scheiße Kein Horn Kein Horn Oh geil 2 Hörner Aber Krisenjuwel 1 hab ich gekriegt Ich bin schon wieder Leidensmeister Oh, ich hab ne kleine Krone Kein Respekt Kein Respekt Töte 50 Tagen Älteste Erfolg freigeschaltet Oh, geil Nur 7,48% der ganzen Spiele haben den Erfolg Echt? Das ist nicht Das ist nicht sehr viel Also 7,8% von jetzt mal beispielsweise 50 Millionen Naja sind doch noch ein paar Trotzdem ich bin einer von 7% Nein von beinahe 8% du musst dann aufrunden Ab 4 wird abgerundet so Ja hast du nicht gesagt 7,8% Ja 7,48 Ach so Ich hab verstanden 7,8 habe ich nur verstanden Deswegen hab ich jetzt gedacht Ja okay Ach so ne Ab 0,8 wird ja aufgerundet aber Ne dann 7 Ja dann hast du recht So mal gucken Ob ich jetzt noch eine Rüstung schmieden kann Wegen es irgendwie noch ein Panzer oder so Oh ne ich brauch zwei Hörner fällt mir aber gerade auf Was mache ich denn? Die Arme oder die Hüfte? Ich glaub ich mach die Hüfte Ja Ja ich möchte ausrüsten Ja sieht okay aus Kann ich die jetzt nicht auch schon verbessern? Kannst du? Ausrüstung verbessern Wir gucken mal Äh was hab ich denn da Ne das ist von Sora Magdaros Äh Ursprungshelm nein Warte mal wo ist denn das jetzt? Schmiedern deine Ausrüstung verbessern Ah Kann ich gar nicht sehe ich gerade Ist schon maximal verbessert steht da Im Moment noch Okay Ich will auch so ne geile Untersuchung machen können Aber es geht nicht Bekommst du noch Ich will aber jetzt Ja wollen wir jetzt bei jemandem einsteigen oder wolltest du das nochmal irgendwie machen? Auch schwer für einsteigen Okay dann Gucken wir mal was es da so gibt Auf Notzeichen reagieren Ziel Na Gigant suchen Das sieht doch gut aus Auch wieder ne Untersuchung Auch mit einem Gold Einen Silber Einen Bronze Und zwar Ne der ist schon fast voll Ja wollte ich grad sagen Der andere ist Jägerrang 14 Und bei den Aufgaben ist Jägerrang 13 Das ist irgendwie nicht das was ich haben will Ja Dann würde ich jetzt noch ein zwei Minuten einfach warten Okay Dann müsste es ja jetzt gleich wieder aufploppen was neues Hoffentlich Hoffentlich In der Zeit hole ich mal was zu trinken Das mach mal Oder ich versuche erst in die Dings rein zu kommen In diesen Neriganto Wenn überhaupt was auftaucht War jetzt schon wieder nichts mehr da Er ist halt sehr beliebt ne Ja Wahrscheinlich will ihn jeder alleine machen Weil sich alle denken Nein alles mein Zeug Alles Egoisten hier in diesem Spiel Ich glaub so viel bleibt mir gar nicht anderes übrig Nö wenn ich jetzt nix finde mach ich den Monjo Ah Untersuchung Oh warte mal Untersuchung 62 Nehm ich direkt an So Da warte ich jetzt gar nicht lange Ja Wie sagt man so schön Äh Selbst wenn ähm Ah du bist doch drinnen Er sagt selbst wenn du Wenn ich nicht reingekommen wäre Hättest du den gemacht Digga Mit dem Team Ja So Jetzt kann ich mich ja gemütlich hin hocken Genau Ja Ha alle warten nur auf mich Ja Ich kann mich überras Hogwarts Sommige Seine Ja Ja Na Ja Ich kann mich nicht mehr Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber es geht ja relativ schnell er hat ja schon seine erste runde vorbei wenn ich das gar richtig sehe ja dann wissen ja mal ein geiles team passt ganz gut ist dann meine erste hilfe da er geht immer sofort zu mir über der wichser läuft noch immer schön in die presse der verfolgt mich einfach nur verdammt nein lass mich in ruhe man rennt mich immer als übern haufen verdammt hat sagen auch vier versuche übrig also ist nicht ganz so schlimm vier versuche so was gilt doch gar nicht fünf mal sterbe manchmal ist das so ja da ist der dreck sagt doch aber dann sind es auch keine 15 minuten sage ich dir ganz ehrlich weil der hat ein schwert schild oder ja auch irgendwer hat mich angezündet und schuldig es hat auch kein schaden verursacht aber trotzdem ist das halt gemein jetzt fliegt eine fliege rum ja ist klar was war denn das ein toter ich stand hinter ihm er hat doch gar keine angriffe ausgeführt und ich war mit meiner energie voll das finde ich halt ein bisschen gemein ja rennt der gigant auch irgendwann mal wieder weg ja na gut soll er mal machen ach ja Aber so Schwertschild-Ding wäre auch gar nicht so uncool, ne? Ja, hatte ich ja zwischendurch mal eins gemacht gehabt, aber das ist irgendwie nicht meins. Es ist mir immer noch zu langsam. Ah, du bist so ein schneller Spieler. Ich bin total hektisch. Ich habe ADHS. Ich verstehe nicht nur, dass du das so ganz. Vom Zeichen hat er ja wie so eine Streitachs, der Berserker da. Ja. Aber es sieht halt eher aus wie eine Schwertschild-Kombination. So, ab geht's. Booster aktiviert, weiter geht's. Oh, vorne ist er. Wo, wo, wo? Ja, wir haben es schon gebrochen. Ach so. Aber nicht, dass man uns jetzt einsammeln könnte, oder? Nee, aber in der Belohnung kriegst du jetzt ein Mord. Ist doch schon mal ein Anfang. Der macht ja alles kaputt hier. Sehr cool. Na gut, man muss ja auch dazu sagen... Scheiß, wo ist er denn? Der mit seinem Bogen, der hat ja auch die ganze Zeit echt auf sein Gesicht gezielt. Also, dass da sein Horn gebrochen ist, ist wundert mich, ehrlich zu sein, gar nicht. Ja. Ja. Ja, ich habe noch irgendeinen besonderen Knochen gefunden. Drachenknochen-Relikt. So, was habe ich denn? Unsterbliche Drachenschuppe, neer Gigante Kralle, noch eine Kralle, Nachwachsplatte, Rüstkugel, Fusiumerz, Seelenkernerz, Drachenältesterknochen, neer Gigante Horn Plus und noch ein Horn Plus. Also bin ich jetzt mit den Hörnern schon wieder weiter. Na siehste. Das ist doch schon mal richtig geil. Freigeschaltet. Ich bin die Verstärkung. Hilft zehnmal eine Quest abzuschließen, nachdem du auf ein Notdurchzeichen reagiert hast. Ja. Und ich bin wieder ein Leidensmeister. Mal wieder. Ich bin Lebensretter. Ja. Du rettest Leben. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Ja, immerhin, ne? Du musst nur aufpassen, dass du selber dabei nicht ohnmächtig wirst. Ja, passiert. Agosi ist zurückgekehrt, dann gehe ich doch mal gucken, vielleicht hat er auch noch was Tolles für mich. So. Was haben wir denn? Objekte ansehen. Höllenbeutel. Was ist das? Ein Monsterorgan mit einem Pulver, das bei leichtesten Berühren entflammt. Okay. Rattianstachel. Frostbeutel. Mal da reingucken. Rattalos Schwanz. Okay, was ist da so? Noch ein Rattalos Schwanz. Ja, weiß ich nicht. Sind das alles nicht so Sachen, wo ich sage, die brauche ich. Hm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.